Der ist mein Zeug, der Arsch. Ja, moin Leute, willkommen zurück zu Don't Starve Together, mit mir im Freund Winterblaze. Hallo. Hi. So, jetzt heißt es spinnen wollen. Jopp, und die Schweine fighten hier gerade schön gegen die Spinnen, aber der hat von mir irgendwas gegessen und ich habe keinen Plan. Was? Hä? Oh, das ist süß. Da ist... Das müsste man ja fast hier, die Schweine auch mit angreifen. Wo ist das so? Oh Gott, ich meine, das ist... Ich habe ein großes Problem. Ich habe böse Blumen gepflückt. Böse Blumen? Ja. Uh, Schweinefleisch. Oh Gott. Wow, 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 so viele Spinnen. Kommst du jetzt mal her? Weil ich kann mir jetzt dann auch, wenn wir ein bisschen Schweinefleisch hier haben... Ähm... Vier Stück, glaube ich, brauchte ich da. Äh, endlich diese... Oh, das ist ein Dreier-Spinnendings. Oh, ja. Ähm, kann ich mir nämlich jetzt auch so langsam... Ähm... Oh, oh Gott, was tut mich jetzt erschreckt. So, ich brauche ein bisschen Holz. Wow. Oh, ich wurde von dem Geist hat mich hier angekillt. Warum? Wegen Hirn? Ja, wegen Hirn. Ähm, dann muss ich das jetzt gleich so machen. Ähm... Noch zwei Schweine töten und dann hoffen, dass ich so ein Ding aufstellen kann. So, ich muss jetzt nur kurz den Stein aufladen. So, komm ich jetzt an meine Lock-Suit. An meine Lock-Suit. Dankeschön. Warte mal, ich hab zwei so Dinger. Ich kann Telltate-Dingsbombs machen. So ein Herz. Ja. Aua. So, das. So. Und wie benutze ich das? Einfach auf mich draufklicken damit. Ja, super. So, und dann meine Lock-Suit kurz anziehen. Ähm... So, mein Hirn ist auch auf 58, ne? Ich sehe schon alles verschwommen. Na, komm her, komm her. Was? Sehr schön. So. Ähm... Mal die ganz kurz hier hinschmeißen. Sind... Ach, die Schweine sind ja bei Nacht in den Häusern. Ähm... Was können wir jetzt machen, um unser Hirn wieder ein bisschen aufzubessern? Blumen pflücken. Blumen pflücken. Sicherheitserung. Wenn wir denn welche finden, ne? Und vor allem bei Nacht. Was? 53. Warum geht das so weit runter? Heißt nicht, vielleicht irgendeine Kälte? Möglich. Äh... Wo ist denn eigentlich mein... mein Stone? Hab ich den? Ach, den hab ich aber. So. Aber mein Hirn geht trotzdem runter. Bumisch, dann wird's langsam kalt. Ja, ich hab hier noch ein Feuer. Brrrrrr. So. Mitnehmen. Äh, wollen wir doch schnell nach Hause laufen, oder? Nee, bleiben wir hier. Schaffen wir nicht. Hoppala. Was zieht sich denn der Frame da rein? Bären. Bären? Mhm. Gebraten natürlich, also... Naja. Als hab ich ja wieder zwei Stones, ne? Und ich hab viel zu viel Zeug dabei. Hier, komm. Eine Grasbüschel hier. So, Survival. Okay, das geht nicht. Hast du noch Holz? Ja. Hoppala. Jetzt hab ich dir die ganzen Zapfen gegeben. Ach so. Wo sind wir? Ach hier. Ich hätt's ja... Ich hätt's ja ins Feuer geschmissen. So, mein Hirn auf, 43. Da kommt ne Spider. Huh. Na komm her, komm her, komm her. Oh, griffst er noch. Okay. So, ich möchte Schweinefleisch jetzt grad ungern aufbrauchen. Aber ich verhunger fast, ne? Hm. Weiß was du meinst. So, ich probier jetzt mal was. Ähm, ich geb dir das Ding mal. Ach, geht nicht. Ich hab nix mal. Schmeiß dir das mal hier hin. Und, äh, schmeiß dir das mal hier hin, falls ich gleich sterben sollte. Ah, okay. Ne, das hat mir sogar wieder ein bisschen Hirn gebracht, okay? So, könnt's jetzt endlich Tag werden? Hm. Boah. Tim, das macht ja Schaden. Ja, wo ist es denn? Ach, hier. Okay. Sagst du, wenn's so weiter geht, ist man hier hin wieder. Wieder weg. Ja, geht, geht mir nicht an. Ne, das Problem ist, wir müssen schlafen, ne? Ich muss sagen, wir sind jetzt seit 25 Tagen wach. Mhm. Und es wär jetzt gut, ähm, mal zu schlafen, glaub ich. So, ich guck jetzt mal, ob ich noch das ein oder andere Schwein hier auf die Schnelle töten kann. So, wo sind sie denn? Hier ist eins. Ähm, mal ganz kurz, äh, ummodeln. Zack. Hat der nix gedroppt? Äh, ich hab ein Klicksprin bekommen. Ah, okay. So, da ist noch eins. Äh, ich schnapp mir mal das obere. Ja. Boah, hier ist ein Dreier. Äh. Mann, bleib doch mal stehen! Genau, tötet das Schwein. Das brauche ich dringend. Äh, die geile Spinne. Boah, genau wie weit spielt die denn? Sehr weit. Ja, schon. Boah, ich kann die hinterm Haus nicht... Boah, das ist teilweise so. Kameradrehen, ganz einfach. Äh, so, ich hab jetzt drei Fleisch. Ich bräuchte noch eins, ne? Hirn 46, Essen 22, Leben 22. Aber hier ist kein Schwein mehr, ne? Ne. Nicht mehr wirklich. Schade. Ich hör Hunde. Echt? Ja, lass uns mal nach Hause gehen. Oh Gott. Also wenn jetzt die Hunde kommen würden, das wäre jetzt richtig schlimm. Und ich glaube, ich hab sie gehört. Ah, ich sag's mein Typ doch immer was. Der sagt halt irgendwie... Irgendwas im Crouching oder so. Aber... Kann mich auch täuschen. Boah, mein Hirn, ne? Hm. Ich guck mal gleich, was wir für einen Schlafsack brauchen. Und ich muss... Ich muss das Fleisch trotzdem jetzt kochen. Also wir haben ja noch ein paar Morsels gefangen. Die werden ja kaum noch fallen. Stimmt. Auf dem Sand. Dann werden wir das mal ganz kurz kochen. Aber ich hab noch Berries. Dann wär's was das Beste. Ich guck mal, ob noch ein zweites da wär. Ja, das war eins. Noch eins. Noch eins. Wie viel Hunger hast denn du? Immer 95. Okay. Ähm, kannst du mir mal zwei Bären geben? Ja. So, sieben Hunger noch. Nicht kalt. Ich hab übrigens mein Backpack mit Absicht zurückgelassen. Da waren die nur Steine drin. Okay. Falls das nachher einer fragt. Äh, so. Ich wollte gucken, zwecks, ähm, dem Schlafsack. Piggyback. Der war's nicht. Backpack. Kompass. Strawroll müsste das gewesen sein. Sechs Gras, ein Seil. Oh, echt. Wo ist denn mein ganzes Gras hin? Oh, oh. Schaden, schaden, doch Hunger. Puh. Oh, ich brauch ein Seil. Bei mir wird's auch so langsam wieder so weit. Survival. Da fehlt mir ein Gras, ne? Und was ist das? Strawroll. Ich werd wieder angriffen. Ich hab einen gemacht, also ich könnte schlafen. Hm, ich brauch nur noch ein Gras, das hol ich mir jetzt. Ja, dann komm zu mir. Ich krieg's ja Schaden durch Viecher, die mich anreifen. Okay, Hirn oder wie? Hm. Bin ich aber auch kurz davor mit 43. So, ich stell mir das Ding jetzt gleich her. So. Ich kann schlafen. It's too dangerous right now. What? Ich kann schlafen. Das zieht uns zwar jetzt extrem Hunger, glaube ich, ab. Ah, das Gehirn geht bei mir auch hoch. Ja, bei mir auch. Aber das Essen dafür, guck mal. 40, 39. Oh, ja, das geht schnell runter. Ah, wir haben ganz viel am Drain-Rack hängen, ne? Ja, das ist auch krass. So, ich muss mal ganz kurz aufstehen. Also da kann man quasi nicht die Nacht überschlafen, ne? Nee, dachte auch, dann schläft man einen Bezirkstag. Aber ich glaub, dafür braucht man eher dann, ähm, das, warte mal, das Zelt, ne? Ist es jetzt weg? Ist es, wenn wir das nochmal machen, wenn du schlafen willst? Äh, du kannst dich wieder hinlegen zum Schlafen, wenn du willst. Festent bräuchten wir drei Seile und ein Spinnennetz noch. Den Rest habe ich alles. Und bei mir ist das Teil weg? Äh, Tatsache. Äh, okay. Mhm. Nicht so gut. Nun lässt man den Tag hier überstehen. Und dann werde ich uns mal eventuell ein Zelt machen. Ja, kannst du mir noch einen, äh, ja, ein paar von den Bären geben? Jep. Wär sehr praktisch. So, ähm. Einmal Tag, bitte. So, ähm, wieviel Hunger hast du? Geht noch. Über 32? Ja. Dann ziehe ich mir noch die zweimal hier abgehangenes Fleisch rein. Die nicht wirklich viel bringen. Boah, ich hasse den Winter. Ja, ich auch. Also ich habe ihn hassen gelernt. So, was brauchen wir jetzt alles? Survival. Drei Seile. Du hast nicht noch zufällig ein Gras, oder? Ich habe dir alles gegeben, was ich hätte. Den Feldern wächst im Moment auch nix. Ja. Und die Folge ist auch vorbei für heute. Uhuhu. Dann würde ich sagen, starten wir pünktlich in den neuen Tag in die nächste Folge auch. Und ich freue mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.